Herzlich Willkommen zu diesem Mantra-Sing-Abend zusammen. Ich freue mich sehr und bin so gerne mit euch in dieser Verbindung, in diesem Mantra-Sing-Darshans miteinander. I greet you wherever you are in the world. Lots of love from me and I welcome you to a new Livestream-Mantra-Sing-Darshans. Ich habe vor zwei Tagen auf dem Neujahrstag ein Konzert Neutronen-Darshans gemacht. Und das war ein bisschen kurz für diejenigen, die dabei waren. Und durch die technischen Probleme, die ich da mittendrin bekommen habe, und die waren dann irgendwie nicht mehr zu lösen. Und darum habe ich dann entschieden, heute das nochmal zu machen und in jedem Fall auch das ganze Programm machen zu können. Aber ich habe jetzt ein paar neue Songs am Anfang dazu. Ich habe zwei Tage ago, New Year's Day, ein Darshans, und es war nicht so lange, als ich hatte geplant. In der Mitteilung hatte ich viele technische Probleme, und ich hatte zu stoppen. Und deswegen habe ich heute, am 3. Januar, ein zweites Musik-Darshans gemacht. Und ja, let's pray und look, dass es heute gut funktioniert. Ja, ich möchte nochmal, das habe ich letztes Mal vor zwei Tagen vergessen, Ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank aussprechen zu allen Menschen, die mich unterstützen, die diese Art von Musik-Darshans und Veranstaltungen unterstützen, die Livestreams. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung vom Herzen, auch mit Spenden. Das tut sehr gut und das ist auch sehr, sehr willkommen, damit es bei uns auch weitergehen kann, mit all dem, was wir auch wirtschaftlich zu bewältigen haben. Vielen, vielen Dank. I thank you very much for your support in all ways, also with donations. Thank you, it is helping us a lot. Ja, lass uns anfangen, let us start tonight. I would like to start with a very light song, a light in the dark. Ich möchte anfangen mit einem lichtvollen, leichteren Song, a light in the dark. Und danach kommen viele Mantras zum Mitsingen, und ihr weißt, die Texte sind hier unten in der Beschreibungsbox. Kannst du das finden mit dem ganzen Programm und auf welchen CDs diese Musik zu finden ist. The text of the program of all the mantras are below in the description box. You can find it there. Let's start a light in the dark. I'll see you next time. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aum Sriram Jei Ram Jei Jei Ram Aum Sriram Jei Ram Jei Jei Ram Aum Sriram Jei Ram Jei Ram Aum Sriram Jei Ram Jei Ram Aum Sriram Jei Ram Jei Jei Ram Sitaram 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 Jai Jai Ram 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 Jai 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 Ram Jai 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 Ram Jai 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 Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai 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 Ram Jai Jai Ram Jai 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 Ram Jai 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 Ram Jai Jai Ram Jai 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 Ram Jai 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 Ram Jai 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 Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai 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 Ram Dhamma Dasa Sase Sohan 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn diese Art von Lichtsprache durch mich kommt, oder Seelessprache, das kommt und das mache ich nicht. Und das ist wie, ja, das ist als ob ein höheres Bewusstseinsteil von mir durch mich spricht. Und ich spüre, dass es sehr hochschwingend und heilsam ist. Und ich lasse das einfach fließen. Und der nächste Song, Om Hari Om und Sat Narayan, ist von der neuen CD Kamushka, sowie auch das, was wir gerade gesungen haben, Ramadaza, von der neuen CD. So, this is from the new CD, Om Hari Om Sat Narayan. Und I was just saying before, in German, that I speak, I let the light language, the soul language come through me. It's just, I'm not making it up. It's just happening. It's coming from a higher dimension of consciousness that I'm connected with in me. And I feel it's very high vibration for healing for all of us. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Govindan Radaramahari Gopala Jaya Jaya Govindan Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radaramahari Govindan Jaya Jaya Govindan Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radaramahari Govindan Jaya Jaya Govindan Jaya Jaya Gopala Jaya 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 J Untertitelung des ZDF, 2020 RADARAMA HARI GO VINDAR RADARAMA HARI GO PADAR JAYA JAYA RADARAMA HARI GO PADAR GO VINDAR JAYA JAYA GO VINDAR JAYA JAYA GO PADAR JAYA JAYA RADARAMA HARI GO VINDAR JAYA JAYA GO VINDAR JAYA 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 Da Da Rama Hai Go-Binda, Jaa, Jaa. Go-Binda, Jaa, Jaa. Gotāga, Jaa, Jaa. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Zilataka nagalaye Namaste Narasimaya Namaste Narasimaya Namaste Narasimaya 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 Amen. 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 Allowing Lassong I'm Allowing Me To Be Me I'm Allowing Me To Be Free I'm Allowing My Power I'm Allowing Well-Being I'm Allowing My Paths To Light Up Before Me I'm Allowing Everything To Just Be As It Comes To Me I'm Shining Brightly I'm Allowing Easily Allowing All My Dreams To Be In The Right Timing I'm Allowing I'm Allowing I'm Allowing Me To Be Me I'm Allowing Me To Be Free I'm Allowing I'm Allowing I'm Allowing My Brilliance I'm Allowing I'm Allowing My Paths To Unfold Now Before Me I'm Allowing Everything To Just Be As It Comes To Me I'm Allowing I'm Allowing I'm Allowing Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin Licht. Ich bin Liebe. Ich bin Wahrheit. Ich bin. Ich bin Licht. Ich bin Liebe. Ich bin Wahrheit. Ich bin ein selbstsouveränes göttliches Schöpferwesen. Und ich bin frei. So sei es. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Liebe. My heart is filled with divine love. Mein Herz ist erfüllt vom göttlichen Licht. My heart is filled with divine light. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Wahrheit. My heart is filled with divine truth. Mein Herz ist erfüllt von göttlicher Freiheit. My heart is filled with divine freedom. Ich bin eine reine göttliche Essenz. I am a pure divine essence. Und lass uns jetzt zum Schluss uns in dieses Wissen, in dieses Bewusstsein miteinander verbinden. Und uns vorstelle, dass wir einander die Hände reichen und in einem großen Kreis miteinander stehen. Let us imagine in this knowing and this awareness that we holding hands with each other, connecting in a big circle, united we stand. Wir stehen vereint. Möge das göttliche Licht, die göttliche Kraft durch uns fließen. May the divine light, the divine love and power flow through us. May the divine light, the divine love and power flow through us. Ja, wow. Wundervoll, dass ihr dabei sind, dabei waren. So wonderful, dass ihr da seid. So wonderful, dass ihr da seid. Tonight, in dieser Presence, of now. In dieser Presenz von jetzt. Nur jetzt. Durch die Umstände waren heute aber nicht so viele Menschen dabei wie sonst. Aber ich fühle, es ist einer der allerbesten, allerhöchsten, schwingenden Livestreams, die ich je gemacht habe. Vielleicht die höchste. Ich fühle, dass da neue Kraft, neue Energie ist für das neue Jahr. In jedem Fall in mir. Und ich hoffe, dass es auch in dir ankommt. Und selbst, und das hat sich auch symbolisch heute Abend gezeigt, technische Probleme wieder. Und das wird auch Teil in diesem Jahr sein. Die Botschaft ist für mich, bleiben wir in unserem höchsten göttlichen Licht, in unserer göttlichen Präsenz verbunden. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt, für das, was jetzt kommt, an große Veränderungen, in die Gesellschaft, in der Welt. Und dass wir uns miteinander immer wieder verbinden, nicht nur in Gedanken, nur mit Worten, aber auch in unseren Handlungen. Und dass wir gemeinsam mit anderen das neue Leben, die neue Erde erschaffen, anfangen zu erschaffen, jetzt. In diesem Jahr fühle ich, es kann anfangen. Es ist von göttlichem höheren Willen so gemeint in uns und über uns ins Universal. Und vielleicht kannst du diesen Livestream mit anderen teilen, die es nicht wussten und nicht dabei waren. Verlinke es weiter. Ich war zu sagen, dass das, für mich, das war die Most Powerful Livestream, ich habe ever getan. Es war so schön, beautiful, beautiful, high-quality of divine-energie of God coming through for uns, to uns. Und es ist so schön, dass das kann passieren durch die Musik, und die Musik, und die Musik. Und ich fühle, this is the energy of the new year. So we have to stand in our divine power, connected with God. Und then we will be able to create the new earth with each other. Ja. Vielen, vielen Dank. Für das Dasein und unsere Unterstützung. Und die nächste Livestream ist am 22. Januar. The link ist hier unten in der Beschreibungsbox. The next Livestream will be in the 22nd, the Monday of the 22nd of January. The link is below in the description box, just above the program. I love you so much. It's so beautiful to be connected with you. I embrace you all. Ich umarme euch alle. Und mögen wir in dieser Liebe und dieses Licht von unserem göttlichen Bewusstsein unsere Leben gestalten. Okay. Ciao, ciao. Bis dah na. Bye. Bye. Bye.